Ola, wenn er den schon... Uh, gleich mal besser angeln. Bis was ich gleich mal angeln. Ja, der war von der Scheiße. Aber vielleicht dürfen wir dann wieder am Schluss die Meister. Okay, dann bauen wir gleich mal natürlich was anderes. Na, schauen wir gleich mal. Ja, wir müssen gleich mal das Fleckerl da, ist es eh schön. Da müssen wir halt natürlich... Ja, ähm... Äh, ja, ich würde mal sagen, ich glaube, können wir da vielleicht da noch irgendwo da was einkaufen. Das wäre ja, glaube ich, sicher sehr praktisch. Also wirklich ist es ja praktisch, wenn ich da wenigstens irgendwie ein paar Köder kaufen könnte. Und heute müssen wir irgendwo anders hingehen. Nein, das wäre nicht. Ich würde einfach jetzt nur kurz durchskippen, so ein Läbeln, aber... Ähm, wenn ich wirklich... ...wag. Wenn ich wirklich wag, dass da wirklich wirklich nichts gibt. Ja, ich will nur mal sagen. Weil normalerweise so, wenn du so Sachen brauchst, dann haust du es gleich wenigstens bei der Gilde und so. Weil das ist ja dann halt so... ...so ein Fighter-Gilde, was du eh, wo du dann halt in der Welt herumspazierst und dann halt... ...so die Mission dann machen kannst und alles drum und dran, damit es stärker ist, dies, das, jenes. Aber... ...da tust du sowieso mal angel. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht irgendwie... Okay, wir haben da mal Reparaturen, Waffen, Werk, zum Gesammeln, Farmstoff... ...würde ich mal sagen, das... ...und dann sagen wir mal, Markt, ja. Uh! Ha! Suche! Ich schau nur noch, aber... ...und dann wirst du vielleicht auch irgendwie über so eine Unterkunft brauchen wir nichts. Ja, dann schauen wir mal, untersuchen. Also... Wie, 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 wie könnten sie so... Aber ich kann es einfach machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bisschen Arsch. Oh, da gibt es ein bisschen, aber nur ein bisschen was zum Haustürtchen. Ich will halt aber trotzdem wenigstens... Ähm, also okay, man kann es wirklich sehr einfach machen, oder? Aber ich würde halt gerne wissen... Ähm... ich fühlte es wie die genießen Stärkungen tränke es ist auch nicht weiter die das ist so aus ja Material ja es ist eigentlich Material muss ja was fahren das hat mir dann auch wieder weiter geholfen wird man wahrscheinlich auch wieder ja wird man wahrscheinlich auch wieder nur sein 3 hafenringe für die fengst versuchst du pilen als köder benutzt kannst du fast nichts mehr falsch machen liefere danach der empfangen beim pilen dreher kannst du beim werkzeugmacher auf der westlichen handelsstrecke werden werkzeugmacher ok wort 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 der mietiger gilder fernlager oder mann nur die händler werkzeugmacher ja schauen wir sie noch mal kurz durch werkzeugmacher ok also beim also zählt das quasi als werkzeug ich glaube aber nicht ja schau mal schau mal schau mal schau mal hier jetzt ein geschirm es wäre ich würde es eigentlich so als material sehen also weil das wirklich als material sehen und nicht als werkzeug aber ja wenn das so ist es so auch wenn man das ist vor schau mal mal schau mal mal bei dem wagen da haben wir es da haben wir es bist du naisch bist du teppert Ah, weh, ja, wir brauchen sowieso noch mal die Pi- Ja, das... Ich bist du, Narisch. Ach, du Scheiße, ja? Ich hätte es aber definitiv mehr herausgefunden, aber auf alle Fälle bist du Narisch? DIGI! Da gibt es eine große Liste, eine ganz, ganz fette Liste. Bist du, Depp? Das hat mich jetzt wirklich sehr überrascht. Bist du Narisch? Na, wenn, dann gehen wir keinen Unterricht. Ja, können wir schön gehen. Na, Alter. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Bist du Narisch? Da gibt es ja urviel. Wahnsinn, Wahnsinn. Na, bumm. Würden wir sagen, dann strecken wir mal aus. Oder auch nicht. Ich würde sagen, Köderwechsel, oder? Ja, das sollt schon drin sein. Das sollt schon drin sein. Wenn, wenn, dann schon gescheit, oder gar nicht. Eieieieiei. Hoppala, hoppala. Bin schon eingeschlafen. Bin schon eingeschlafen. Ah, ich glaube, die Spitzen ist er sogar schon. Schau, 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 schau. Die leuchtet schon. Ah, ah, okay, 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 okay. Jetzt verstehe ich schon mehr. Jetzt, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es schon. Ich bin eigentlich gespannt. Also, falls es mal passieren könnte, unser Fisch, die Angereisten, die Kräger, aber die Schnuckern nicht reißen, oder? Ich denke, es weiß nicht. Ich glaube, ich glaube ich nicht. Aber ich muss schon sagen, ich könnte mich da anfreunden, Vicky, mit dem. Ja, so oft chillig, da machst du wirklich nicht viel, weißt du nicht, da tust du einfach noch mal ein bisschen rein. Zwar punktemäßig wird es sicher ein bisschen lang dauern. Sicher auf alle Fälle, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es wirklich eine Zeit lang dauern wird, bis du wirklich hochlevelst, weil... Da musst du wirklich hochlevelst, aber schau allein schon, wenn ich mir denke, dass die schon wieder 1700, das ist ein Wahnsinn. Oh, oh shit, das ist... das ist Arsch. Das ist jetzt ganz Arsch. Du bist hier. Du hast, das sind die Schädelkaste, die Schädelkast, aber trotz der Paball die Schädelkaste, die Schädelkaste, sie du... Sie sind die Schädelkaste, was ich tust. Wieso? Du? Das ist gut. Du hast schon mal die Schädelkaste. das wäre das aber, wir geben es einfach mal weg. Ganz gut. Da, das können wir fix. Ich mag's, wie gehe ich dir das anlegen? Ich bin mir aber schlecht. Ja, so können wir es definitiv nicht. Also das ist mir egal. Ja, wir haben jetzt immer eh ein paar Brätzchen, dann schauen wir mal, bleckere Gnecke zweimal hintereinander den Hafenherring. Wäre ja auch nicht schlecht. Aber teilweise, man sollte sich vielleicht ja doch, vielleicht sich nur für eine Klasse entscheiden, weil sonst ist es ein bisschen engig, wie mir ein Tal, Alter. Bist du narrisch. Na schau, Alter, gleich mal next. Gleich mal next, ideal. Mal komm, mal komm, mal komm. Mal wieder. Ja. sein! Dann haben wir vielleicht sogar schon Level 10! Fuck! Hihi! Also... 5... Vielleicht... Ich hab das auch nicht gemacht! Nein, war Spaß! Vielleicht haben wir eh schon... Ja, na schau! Haben wir eh schon! Wenn wir dann vielleicht auch noch die Mission beendet haben, dann sind wir vielleicht sogar schon auf 8! Vielleicht haben wir dann auch schon eine gleiche Fähigkeit! Ich glaub bei 8! Ich glaub bei 8! Ich glaub bei 8! Nicht sicher haben wir ja! Aber jetzt mal pouring otro Ventil! Ich hab auch keine, auf 3. Also, der Risiko RICH ging ab, der wird sowieso nicht drauf! Wir fangen noch an! Ja, na sicher. Na alter, der bewegt sich wie ein Jungspund, der bist wahnsinnig, der kann gleich hakeln gehen. Ja, na sicher, nehmen wir sie gleich, das linke, das linke, nehmen wir sie, kriegen wir mehr raus. Na, perfekt, perfekt, Alter, geh, komm, na wart, das eine machen wir da jetzt aber schon, das mache ich jetzt aber schon, das laucht da mit euch, gibt es ja nicht. Ah, Wahnsinn, Frechheit, Video Frechheit. Oh, hoppala. Ui, eingeschlafen, Ui, Fisch weg. Na moin. Und? Oh, wieder Hafen. Super. Oh, Verstollenheit. Okay. Müssen wir natürlich gleich mal anschauen, wo ist das? Okay. Okay. Vielleicht muss ja, vielleicht müssen wir ja später wirklich was Heftiges später machen, um irgendwie so ein Ort der Bereisen dies zu sehen ist, aber okay. Leute, die Klasse hat wirklich viel, wirklich viel zu tun, bist du neuerlich. Lachen, ich würde mal sagen. Haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao. Boar.